Für den Fall, dass ihr das Video nur angeklickt habt, weil der Titel oder das Thumbnail interessant war und ihr meinen Gelaber nicht hören wollt, kein Problem, klickt einfach mitten ins Video und ihr gelangt zum eigentlichen lustigen Teil. Ich möchte vorher aber noch was sagen, damit ihr das auch versteht, was gleich kommt und nicht da hockt und was ist das jetzt denkt. Und zwar, es ist ja was lustiges, habe ich ja eben schon angesprochen. Ich selber finde es sehr lustig und kenne auch viele, die damit auch Spaß haben. Wir haben das früher oft gemacht und zwar geht es darum, in dem Fall eine Rede, wir haben es früher eigentlich nur mit Nachrichten gemacht, laufen zu lassen und den Ton stumm zu schalten. Das heißt, man hört die Stimme nicht und lässt im Hintergrund ein Musikstück laufen. Am besten noch Hip-Hop, Rap, so irgendwas, wo schnell gesungen wird und auch viel, wo wenig Pausen zwischendrin sind. Und das sieht dann sehr lustig aus, weil man denkt, dass die Person dieses Lied singt, Rap, wie auch immer. Und wir hatten da früher sehr viel Spaß und ich mache das auch immer noch teilweise. Letztens ist es mir passiert, aus Versehen habe ich das Radio angelassen und wollte die Nachrichten gucken. Da habe ich gewundert, ha, sinkt die jetzt auf einmal? Also es ist wirklich teilweise echt kurios, wie das zusammenpasst. Es gibt natürlich zwischendrin immer wieder Stellen, wo man denkt, ja gut, das passt jetzt nicht ganz so gut. Aber es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, das kann ja gar nicht sein, das passt ja wirklich super zusammen. Und dieses Phänomen möchte ich ausnutzen und habe jetzt was zusammengeschnitten. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn es nicht geklappt hat oder wenn ich das nicht zum Lachen gebracht habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen nach unten da. Ja, dann sehe ich, dass ich solche Aktionen nicht mehr machen soll. Ansonsten gerne Daumen hoch und positive Kommentare sehr erwünscht. Ich freue mich natürlich über euer Feedback. Lasst es mich wissen, was ihr über diese Aktion, über dieses Video denkt. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Jetzt viel Spaß und ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.